Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich möchte euch heute ehrlicherweise einfach einmal am Anfang danken. Es wird ein Dank, dann kriegt ihr jetzt nämlich parallel ein, zwei Bilder und dann wird es ganz kurz Werbung und dann ist es das richtige Video. Ich war eingeladen zur Holy Creator Party und die Jungs haben mittlerweile das Holy die Nummer 1 in Deutschland. Alle anderen überholt, was absolut insane ist. Seit zwei Jahren bin ich jetzt da und gestern war, das machen die nicht oft, aber wenn, dann ist es halt relativ big und dann sind richtig viele Creator dabei und ich zeige euch die Bilder einfach parallel und gestern war ich tatsächlich eingeladen auch zu kommen, was für mich ein Riesenstück Ehre war. Und diese Creator Party gestern war direkt in Berlin, über der Skyline von Berlin, auf dem Dach und in der Zentrale von Holy und ich kann euch nur sagen, ich hatte Janis dabei, der ein bisschen am Schwitzen war, weil wir fünf Stockwerke hochlaufen mussten. Es war ein unfassbarer Abend. Wir haben so, wir durften nagelneue Sachen testen und es gibt eine nagelneue Produktlinie, die kommt und dann haben wir so Chips bekommen für den Einlass. Also diese ganze Party war einfach nur ein riesiges Fest mit anderen Creatoren, mit Bekannten. Ich habe ein Idol meiner Kindheit getroffen, könnte man fast sagen. So sah das oben auf der Dachterrasse aus. Also eine mega geile Erfahrung. Ich hatte einen mega geilen Tag. Ich bin von Hamburg nach Berlin, nachts von Berlin wieder zurück. Es war insgesamt eine coole Sache und ich bin da nur eingeladen worden, weil ihr auf die Videos klickt und ich habe Eve getroffen, Leute, von Moviepilot. Also jeder, der Filmfan oder Serienfan ist, wird auf YouTube irgendwann mal Eve gesehen haben und ich habe mich so hart gefreut, ihn zu sehen, dass ich ihn wie so ein Fanboy gefragt habe, als wir oben waren, ob er nicht ein Selfie für mich hat. Er war nicht so begeistert, kann man sehen, aber er war voll cool. Dann haben wir noch ganz kurz gequatscht. Ich habe noch andere wichtige Creator getroffen und auch nicht so wichtige und ich habe Rewax getroffen, was mich gefreut hat und Floyd habe ich gesehen und Holy ist so eine richtig geile Familie geworden und ein Partner, den ich seit zwei Jahren an der Seite habe und das war ein richtig geiler Abend und vielen Dank dafür, weil ihr die Videos klickt und in den Streams guckt und bei Holy mittlerweile seid, habe ich so eine Chance überhaupt, bei sowas eingeladen zu werden und ihr seht, es war richtig geil. Ich hoffe inständig, nächstes Jahr sind wir wieder eingeladen, habe ich schon gehört, ich hoffe inständig vielleicht ein paar von euch nächstes Jahr zu sehen, weil ich es dann vorher nochmal ankündige, können wir in Berlin ja was machen. Also, mega geile Sache, es war, der Manager von Jules war noch da, mit dem haben wir irgendwie plötzlich noch gesprochen und alles mögliche, also war ein geiler Abend, das habe ich euch zu verdanken, vielen Dank dafür. Wir durften natürlich auch so nahe neue Sachen schon antesten und wir dürfen jetzt halt gar nicht so viel darüber reden, weil manche Sachen halt erst im Januar rauskommen, aber, und jetzt ganz kurz Werbung, Leute, dann kommen wir zum wichtigen und zum Teil des Videos. Ihr seht, ich habe hier den Adventskalender, einen, es gibt verschiedene, und die Adventskalender sind offiziell jetzt im Shop. Das heißt, wenn ihr Bock habt, Adventskalender von Holi zu bestellen, das sind die kleinen, die gibt es als Duo, als Probier-Adventskalender mit jeglichen Proben von Hydrations, es gibt eine Glasflasche oben drin, die nicht mehr da ist, weil ich sie in Benutzung habe jetzt. Es gibt den Adventskalender als Duo, es gibt den Squad-Adventskalender und in den Duo-Adventskalendern und dem Squad-Adventskalender ist die nahe neue Produktlinie drin, die im Januar erst rauskommt, die wir gestern exklusiv wie Creator testen durften. Ich darf nicht sagen, was es ist, aber ich sage mal so, Shake it, Baby, shake it, Shake it, Baby, shake it. Nur diese eine Woche kriegt ihr da den günstigeren Preis drauf, den Super-Early-Bird-Preis sozusagen. Danach, ab nächster Woche, ab nächster Woche, Mittwoch oder Donnerstag, werden die teurer und dann werden sie nochmal teurer und bis dahin werden sie ausverkauft sein. Das heißt, eure Chance zugreifen, jetzt, ich weiß nicht, wie lange die noch verfügbar sind. Die wichtigsten Infos habe ich euch gegeben und im Hintergrund lassen wir mal den X-Defined Season 2 Trailer laufen, denn das ist Thema heutiges Video. X-Defined ist von so vielen Leuten, die von Call of Duty, SBMM und diesen Bugs und Problemen und Skandalen, die Schnauze voll hatten, so ein richtig antizipiertes Game gewesen, was jeder einfach irgendwie so erwartet hat. Und wir haben dann Playtest bekommen und Playtest und Playtest und das Resultat des Ganzen war, dass irgendwie super viele, so wie ich, frustriert waren, weil Ubisoft mal wieder aus dem, was man hätte machen können, mal wieder nicht wirklich viel rausgeholt hat. Und die Spielerzahlen sind hardcore im Keller. Jetzt versuchen sie mit der Season 2, muss ich mir vorstellen, die Season 1 ging eine Ewigkeit. Jetzt mit Season 2 und einem Update und ein bisschen Content. Es ist nicht viel Content. Und Twitch Drops über zwei Tage, die, glaube ich, bis heute nur noch gehen, bis heute Abend, Zuschauer und Spieler gleichermaßen ranzubekommen. Und eigentlich hat X-Defined alles, was Shooter-Fans, egal ob jung oder alt, wollen. Kein Skill-Based Matchmaking, Free-to-Play-Game, schnelles Gameplay, ein gutes Movement. Man sollte sagen, wenn man all diese Dinge bedenkt, dass sie gar nicht so viel falsch gemacht haben und trotzdem ist es so, dass X-Defined jetzt, jetzt gerade in der letzten Bewährungsphase ist. Und Ubisoft hat es relativ deutlich gemacht, das hat Tom Henderson erzählt und Tom Henderson könnt ihr, was Leaks angeht, eigentlich relativ zügig vertrauen, dass, wenn die Spielerzahlen von X-Defined im Zuge der Season 2 nicht deutlich, deutlich nach oben gehen, dass dieses Projekt vor Season 3 wahrscheinlich schon eingestampft wird. Und Ubisoft ist das Unternehmen, was wir alle sofort im Namen und im Kopf haben, wenn es darum geht, Games, Projekte und Ideen einzustampfen, weil sie nicht erfolgreich genug sind. Und ich habe mir, ich habe X-Defined im ersten Playtest gespielt, ich habe es im zweiten Playtest gespielt, zweiten Playtest gespielt, in der Beta, als es dann kam, das war ja nochmal so der letzte Playtest, und die Hauptprobleme, die vom ersten Playtest an so offensichtlich waren, die sich bis heute nicht verbessert haben, zumindest immer noch nicht deutlich, war Netcode. Netcode sorgt dafür, wie werden eure Hitmarker registriert, wie werden eure Schüsse registriert, was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr schießt, was für ein Gefühl habt ihr, was das Trefferfeedback angeht. Das war eins der Hauptprobleme, wo ich in der Alpha gesagt habe und viele andere Creator und Spieler auch, ich werde um Ecken erschossen, ich erschieße Leute um Ecken, wo es schon gar nicht mehr sein darf. Manchmal ist es so, dass ihr auf einen Gegner geschossen habt, der direkt vor euch stand und das Game hat euch gesagt, es gibt Hitmarker, aber es gab einfach keine, weil der Gegner in Wirklichkeit, weil der Netcode so schlecht programmiert ist, zehn Meter weiter geradeaus war oder drei Sekunden weiter rechts oder sonstiges. Und sie haben es vom ersten Playtest bis heute nicht hingekriegt, an diesem Netcode so viel zu arbeiten, dass sich das Game, was Trefferfeedback und all diese Themen angeht, flüssig gut anfühlt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist Call of Duty als Beispiel seit Jahren die Nummer eins. Was Trefferfeedback angeht, was Hitmarker angeht, was Killgefühl angeht, Call of Duty hat da einfach und ich weiß nicht, ob das nur der Netcode ist, ob der mit der Engine zusammenhängt oder nicht, das kann ich technisch nicht sagen, da ist Call of Duty einfach meilenweit voraus. Und, und das ist das größte Problem, X-Defined hat eine ganz wichtige Formel komplett ignoriert bisher. Leute wollen beim Game Dopamin haben. Dopamin ist ein von uns ausgeschüttetes Hormon, was dafür sorgt, dass wir uns aufgekratzt fühlen, glücklich, gut. Dopamin ist ein geiles Hormon. Und in Call of Duty werden diese Dopaminrezeptoren eben angezapft, wenn ihr eine Nuke macht, wenn ihr eine Streak erreicht. Also es sind so kleine Dopaminschübe, die merkt ihr gar nicht aktiv selber, die sorgen aber dafür, dass euer Mut, dass euer, also Mut englisch, also euer Gemüt, dass eure Laune eben besser wird. Und in X-Defined ist es halt so, es ist egal, ob ihr 10 Kids in der Runde macht und 10 ohne zu sterben oder 20 oder 40 oder 60, es gibt keine Streaks, es gibt diese kleinen Dopaminschübe nicht. Und die einzelnen Kills, die man in so einem FPS-Game macht, reichen einfach nicht aus, um genug Dopamin auszuschütten. Das klingt jetzt alles so biologisch, aber es ist eine einfache Erklärung, damit ihr mehr Spaß habt, mehr Motivation, damit ihr länger dabei bleibt. Und von Anfang an habe ich gesagt, es reicht nicht aus, dass man pro Runde seine Ultra- oder Spezifähigkeit halt einmal bekommt. Und wenn ihr eine unfassbare, fantastische Runde spielt, dann vielleicht zweimal, weil nach 10 Sekunden ist das vorbei und das ist weg. Call of Duty macht es und man muss Call of Duty da als Beispiel nennen, denn X-Defined hat offensichtlich versucht, mit allem, was sie getan haben, in die Richtung Call of Duty zu gehen, nicht 1 zu 1 kopieren, aber Leute dort abzuholen. Da ist die Zielgruppe, woran die sich bei Ubisoft orientiert haben. Und es gibt immer noch keine Streaks, es wird wohl auch keine Streaks mehr dazu geben. Und das ist ein Riesenfehler, denn das Einzige, was Spieler in X-Defined wirklich aktiv machen können, ist schlicht auf eine Goldtarnung weiten. Und das war's. Nichts anderes. Ein Battle Pass, okay, aber ein Battle Pass ist kein langer Grind, ist auch ein COD kein langer Grind. Eine richtig geile Tarnung mit richtig geilen Aufgaben, kann über Wochen, Tage, Monate richtig viel Spaß machen. Das neue COD wird jetzt kommen und während diese Zeiten sich geändert haben, wo man von der ersten Runde an auf Nukes und sowas geht, ist es halt immer noch so, dass super viele Spieler, mir inklusive, extrem viel Fun dabei haben, wenn sie auf Tarnung spielen können. Alle Waffen auf eine Mastery-Tarnung, auf eine Dark-Matter-Tarnung, ist völlig egal, wie sie heißt. Und X-Defined hat das mit dem Tarnungssystem ähnlich übernommen. Es gibt dann eben die Goldtarnung und die anderen beiden Tarnungen, die kann man dann erspielen und das war's. Und dann hat's am Anfang viel zu lang gedauert, da haben Leute keinen Bock mehr gehabt. Der Netcode hat die Leute genervt, den sind die auch gegangen. Und X-Defined hat sich in dieser ganzen ersten Season nicht zusammenraffen können, Content-mäßig und problemmäßig so viel zu machen, dass man die Leute wieder ranzieht und die, die da sind, auch da behält. Und ich persönlich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man diese Season 2 verschiebt, verzögert, um zwei Wochen, um drei Wochen, vielleicht um vier Wochen und ein riesiges Update droppt mit wirklich richtig viel Content und richtig guter Arbeit, was Netcode angeht, Dinge, die man merkt. Weil damit kriegst du Leute, wenn sie kommen und merken, okay, ich hab hier drei neue Maps, acht neue Waffen, zwölf neue Aufsätze, vielleicht zwei neue Spezies oder eine neue Klasse komplett mit drei neuen Spezies drin und ich hab einen Netcode, der plötzlich funktioniert und die Gunfalls fühlen sich besser an. Wenn man so macht, wie jetzt so Season 2, so ein bisschen Content und ein bisschen Bugfixes und dann in vier Wochen nochmal ein kleines Update, dann kommt man nicht mehr hinterher, die Leute zurückzuziehen und länger da zu behalten. Und die Folge ist, und das befürchte ich und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Ich sehe nämlich nicht, dass X-Defined eine 180-Grad-Drehung macht, auch wenn es für einige von euch mit Sicherheit schade ist. Ich glaube, dass wir maximal die Season 3 von X-Defined noch erwarten können. Maximal. Und nach der Season 3, während der Season 3 oder vielleicht sogar vor Season 3, dass Ubisoft das Projekt auch wieder einstapft und es an das nächste Projekt geht. Zu viel Zeit ist mittlerweile vergangen, wo die Entwickler um X-Defined nicht getan haben, was man hätte tun müssen, damit man Spieler, auch wenn es ein Free-to-Play-Game ist und kein SBMM hat, was ja grundsätzlich schon Formeln für Erfolg sind. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen Games for free haben. Wir wollen kein Skill-based Matchmaking. Trotzdem in X-Defined, weil auch die Skill-Gap so groß gemacht wurde, das ist das Problem, ist das Problem, dass viele Leute das Gefühl hatten, es hätte Skill-based Matchmaking, obwohl es es halt nicht hat nachgewiesenermaßen, weil zum Teil nur noch die Hardcore-Gamer gezockt haben und der Casual-Gamer ist auch hier wieder weggegangen und den hat man nicht ausreichend abgeholt. Also ich würde es schade finden, weil alles, was sie mit X-Defined gemacht haben, geht in die Richtung, was wir uns alle gewünscht haben und wünschen und was sein soll. Sie haben aber wenig von dem, was sie hätten machen müssen, tatsächlich so gut umgesetzt, dass sich das wirklich auf Dauer für die Leute eingebrannt hat. Und ich würde es schade finden, aber schreibt gerne eure Kommentare, ich muss zur Tür, da ist jemand. Haut rein!